Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1768. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Eine Modefirma hat mich gebucht, um ihre neue Kollektion vorzustellen. Eine Modefirma hat mich gebucht, um ihre neue Kollektion vorzustellen. An der Küste ist das Wetter heute sonnig, warm und windstill. Wir können lange Spaziergänge machen. An der Küste ist das Wetter heute sonnig, warm und windstill. Wir können lange Spaziergänge machen. An der Küste ist das Wetter heute sonnig, warm und windstill. Wir können lange Spaziergänge machen. Auf dem Grundstück ist ausreichend Platz. Eine zweite Garage können wir problemlos einplanen. Auf dem Grundstück ist ausreichend Platz. Eine zweite Garage können wir problemlos einplanen. Auf dem Grundstück ist ausreichend Platz. Eine zweite Garage können wir problemlos einplanen. Natürlich esse ich nicht nur Äpfel, aber ein Apfel hält definitiv gesund. Ich bin heute mit dem Fahrrad unterwegs. Du hast in deiner Ausbildung bei mir viel gelernt. Deshalb hast du auch meine kulinarische Zustimmung für dieses Gericht. Dieses neue Medikament wurde getestet und es hat in fast allen Fällen gut geholfen. Dieses neue Medikament wurde getestet und es hat in fast allen Fällen gut geholfen. Möchtest du auch in unserem Team tätig werden? Bewirb dich einfach online bei uns. Möchtest du auch in unserem Team tätig werden? Bewirb dich einfach online bei uns. Wenigstens zu Weihnachten will ich mich mal bei dir melden. Irgendwie hatte ich das ganze Jahr keine Zeit dazu. Wenigstens zu Weihnachten will ich mich mal bei dir melden. Irgendwie hatte ich das ganze Jahr keine Zeit dazu. Mit dem Motorroller komme ich viel schneller durch die Stadt als mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dem Motorroller komme ich viel schneller durch die Stadt als mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wo sind meine Gartenhandschuhe? Hast du sie gesehen? Wo sind meine Gartenhandschuhe? Hast du sie gesehen? Das kannst du besser machen. Ich erkläre dir das noch einmal ausführlich. Das kannst du besser machen. Ich erkläre dir das noch einmal ausführlich. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Seit wann arbeitest du im Blumenladen? Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Ball das Spiel gewinnen werden. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Ball das Spiel gewinnen werden. Wenn du krank bist, solltest du nicht hier im Büro sein, sondern lieber nach Hause gehen. Wenn du krank bist, solltest du nicht hier im Büro sein, sondern lieber nach Hause gehen. Wer hat das Stück aus der Hochzeitstorte geschnitten? Wer hat das Stück aus der Hochzeitstorte geschnitten? Wer hat das Stück aus der Hochzeitstorte geschnitten? Die Tasche ist zu schwer für dich. Ich helfe dir beim Tragen. Samira zeigt mir, was sie geschrieben hat. Dies ist ihr erster vollständiger Satz. Samira zeigt mir, was sie geschrieben hat. Dies ist ihr erster vollständiger Satz. Ich habe ein Stipendium bekommen und muss mich jetzt nicht mehr um die Finanzierung meines Studiums kümmern. Beeil dich mit dem Foto. Meine Füße sind schon ganz nass. Beeil dich mit dem Foto. Meine Füße sind schon ganz nass. Beeil dich mit dem Foto. Meine Füße sind schon ganz nass. Die Industriekletterer arbeiten an einem modernen Gebäude im Freien. Die Industriekletterer arbeiten an einem modernen Gebäude im Freien. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. DuON Hang ожilBlack. Du Matsch classes nach ganz nass. Und gew descend. Wir sind noch jetzeig. Automall Poke.